Meine Schwester wird mit mir zu diesem Interview gehen. Ja, seit einer Woche. Also, ist ja jetzt auch egal. Ja, wir arbeiten zusammen. Darauf, dass die ganze Stadt uns jetzt sehen kann. Jetzt sag bloß, du wusstest nicht, dass Charlie die Dessous selbst präsentiert. Ja, natürlich habe ich das gewusst. Was denkst du denn? Ach, ist das schön. Die ganze Familie zusammen am Tisch. Samt mit Tress und Kuckuckskind. Genau die Frau, die Sebastian immer wollte. Also, falls Sie Sebastian zurückerobern wollen, könnte das Ihr Trumpf sein. Und wenn Sie ihm einen Sohn schenken, dann hätte er endlich einen Stammhalter. Danke für den Tipp.